hallo und herzlich willkommen zur nächsten folge von it takes two zusammen mit der line du hast nicht benu gesagt manu vielverderberin takes two mit benu das ist das das reimt sich so schön nein das reimt sich super das ist perfekter reim du hast doch keine ahnung von von literatur und menschlicher sprache menschlicher sprache ich fast gesagt in der tat ich habe keine ahnung von deutscher sprache aber sind deine besten freunde ja die können mich mal das ist gar kein hammer mehr das ist neue mechanic und so probier es mal was aus ich kann es auch nur werfen guck dem papierflieger zu nicht geworfen habe wohin fliegt der lag hier der papierflieger rum aber nur einer habe ich gar nicht gesehen jetzt meine rechts geguckt ich wusste sich den direkt werfe doch ich wusste entschuldigung ich musste extra werfen ich habe nichts zu sagen ich bin bin ein idiot und ein arsch und weiß gar nicht warum nicht überhaupt nicht mehr abgibt hier wohnt jemand im baum irgendwas magisches so ein tierwesen mensch irgendwas was ich rosa ist so wie das aussieht ja keine riesen ameise sein die die mit der rolls sich quasi angefreundet hat oh gott dann muss das time kommt nicht immer ran die die schauke geschaukelt hat man muss die schauke halt erst mal treffen geschafft hier guck mal hier ist noch einer hier kannst du werfen ja ich habe den anderen geworfen der ist für dich den darfst du werfen kannst du mir sogar in irgendeine richtung schieben ich weiß noch nicht ob du irgendwo rein treffen kannst ich werfe ihn ins fenster wie jeder papierflieger dreht er auch niemals ab und so dann sieht man immer noch der fliegt noch er fliegt noch er schafft bis zum see pass mal auf der fliegt noch fliegt immer noch sie ist genau und schöne örtlichkeit hier da würde ich auch wohnen wollen fliegt doch fliegt noch fliegt noch das wäre voll schön da sehe ich ihn nicht mehr doch da fliegt er noch fliegt noch habe ich schon gesagt er fliegt noch er fliegt immer noch ich guck mal wo es ich will aber jetzt nicht high werden also die pilze aber können wir einfach nicht high werden von den pupse pilzen ich schon darüber einfach in die richtung schwingen loslassen und dann wieder neue ja jetzt ging gerade nicht so richtig in die richtung wie ich wollte moment woher unsere topfdecke ok randa ist bestimmt ein vogel ein eichhörnchen oder sowas wie süß er sieht mit dem kastanienhelm oooooh eingefangen und irgendwie wieder da rauskommen ooooh Er sagt, dass es wichtig ist, dass wir uns zu verabschieden haben, weil dann kannst du wieder Freunde werden. Wenn du möchtest, kannst du das Buch kaufen. Okay, du bist beschäftigt. Entschuldigung. Was ist denn das jetzt hier? Die Ratten-Gang oder was? Was? Die Waspen? Die Mäuse-Gang? Die Mäuse-Gang ist es eher. Wir sehen uns, Seid, Yuron. Ah, ne, doch, Eichhörchen-Gang. Oh, what? Das ist jetzt aber gemein. Wir sehen uns. Abort. Oh, du bist okay? Ja, du? Ja. Wir haben die Methoden. Horrendös. Hey, komm! Oh mein Gott! Hey, Herr, äh, Herr Big Squirrel. Also, du willst ins Haus gehen? Ja. Wir können dich da hin. Wirklich? Das ist sehr, ähm, kind. Auf einer Kondition. Was meinst du? Seid mich. Komm, 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 das ist eine schreckliche Idee. Komm, Cody. Ich will nicht gehen. Aber nur einer von den scheint sehr militärisch zu sein. Die anderen beiden scheint eigentlich ziemlich entspannt und friedlich zu sein. Wow! Sie müssen reale Hordes sein. Hey, Herr, das ist unser remote Kontrolle. Sie haben sie verraten. Diese schrecklichen Hordens. Oh mein Gott, ich hab mir Fotos. Was haben sie mit diesen? Ich weiß nicht. Wir sehen uns gut. Hey, das ist mein Unterwerb. Kein Fehler. Sie lieben diese Unterwerber. Sie lieben. Sie lieben. Wow! Sie töten sie. Was? Wir können nicht die verrückten Kreaturen töten. Sie dummen. Nein, keine Offenheit. Keine Worte. Du wirst einfach überleben. Und gegen eine gesamte Flamme von ihnen sterben. Das wird sicherlich sterben. Deshalb brauchen wir diese. Meine letzte in Cyber-Hastener-Technologie. Der Tresap Abschalki 57. Ah, dann kann ich weiter fliegen. Wow! Oh! Wow! Wow! Der Roboter Queen! Sie töten die Waspen. Und die Agenten und die Roboter werden dir helfen. Entstanden? Ah, ja, sicher. Aber ist es eine mehr zivilisierte Weise, dass wir... Wooh! Sie diskutieren ist nicht so richtig über die Porten. Ich will wirklich nicht, dass ich gigantische Waspen töten muss. Du musst nicht, wenn du die Habe ausgesucht hast. Was? Welche Habe? In der realen Welt? In unserer Küche? Ich habe dich so viele Mal gefragt. Und du hast es verraten. Ja, ja, gut, gut. Aber wir würden nicht hier überhaupt nicht, wenn du nicht auf die Habe ausgesucht hast. Well, zumindest werden wir uns in der Haus. Was? 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 Ich glaube nicht? Ich glaube nicht auf die Habe ausgesucht. Sie verraten meine Habe ausgesucht. Oh, glaube ich. Das war eine Worte. Oh, wirklich? Well, zumindest meine Habe ausgesucht ist jetzt ein Teil des Flugzeuges. Was? 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 Warum musstest du nur klopfen? Warum hast du nicht, dass das am besten ist entfernt? Du Sauher. Dann findest du es auch noch gut, dass sie meine Unterwäsche klauen. Was soll das? Oh, die Kleine. Tut mir so leid. Welche Kleine? Unsere Pochter? Achso. Es gibt mehrere Kleine. Von den Eichhörnchen fand ich auch nur einen wirklich. Wirklich. Militärisch, wenn ich jetzt mal. Bist du jetzt irgendwie weitergekommen und ich stecke jetzt hier noch fest? Wenn du draufschießt, geht dann die Tür auf und dann musst du durchlaufen. Der hat das gerade gemacht und dann ging es nicht mehr. Ja, die geht auch wieder runter. Ja, das habe ich gerafft. Na, gucken wir sie wieder zusammen. So wird sie scheiden lassen. So wird sie scheiden lassen. Okay, das ist wohl der Rest vom... vom ehemaligen... aus. Das ist doch wieder eine Challenge, oder? Schau, Cody. Schütteln. Schütteln. Lasst uns praktizieren. Nee, aktivieren hier noch. Oh, die glaube ich ging es hin. Oh. Ich glaube wir können es hin. Ich glaube wir können es hin. Ich glaube wir können es hin. Ohne komplettes Absprechen. Wir sind so gut zusammen. Mhm. Wir sind so gut, dass ich printen kann. Das ist echt groß und hübsch. Ja. Ich glaube hier nicht funktioniert bestimmt gemacht, oder? Moment, wat? Wir können entweder zum Borsten leer gehen oder woanders sind? Hier rüber. Ich dachte wir haben eine Auswahl, tatsächlich. Egal. Echt? Achso, ich kann auch wieder zurückkommen, wenn du mich lass. Ich kann das nicht machen. Ich kann nichts tun. Ich kann nur dagegen schießen. Das musst du machen. Ich kann aber von hier nicht schießen. Ich guck mal, ob ich hier weiter kann. Ähm. Mal probier's. Doch, ich kann durch. Aha. Ah. Ich bin da. Ich hab's reingehabt. Wär auch komisch gewesen, wenn du nicht durchgespielt hast. Voll programmiertes Spiel. Mh. So. Ähm. Muss ich aber nur schwer machen? Ja. Muss einfach nur schwerer machen, bis wir sie bekommen. Perfekt. Ey. So. Wo geht's weiter? Runter, hoch. Auf den Pilz. Irgendwas. Irgendwas. Der Pilz ist hüpfend. Aber was haben wir da vorn? Komm ich denn irgendwo hin? Denken gab's auch noch mal einen. Da, das Ding abschießen irgendwie. Vielleicht. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Vorne waren wir die ganze Zeit so. Ne. Ne, auch nicht. Oh. Warte mal. Warte mal. Hier über uns. Ah. Guck mal, jetzt kannst du dort weiterschießen. Auf das Ding, was... Ne. Oben drüber. Ja, ja, ja. Sorry. Äh. Ist irgendwie in die falsche Richtung, leider. Tschüss. Kannst du es nach unten machen? Ja, garantiert. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich kann es auch nach oben machen. Da, wie kommen wir denn da hoch? Ach. Moment mal. Kannst du die Dinger hier abschießen, die hier bei der... Bei der Rampe nach unten dran sind? Ja, ja. Wow. Aha. Da, die hier immer noch wieder Monsterhuntel laufen. Ah, Marti bin. So, jetzt kannst du uns hochmachen. Wenn wir gehen. Richtiges, Marti. Auch wenn wir nur Mauer haben. Ähm. Ist sonst noch irgendwas? Ah, ich glaub das muss ich uns wieder runterholen. Ah, bin ja auf dem Weg. aber hier gibt es ja gar nicht so viel zu entdecken kann das sein ich glaube du musst das abschießen über uns oder muss ich das mal nicht so aus die feier mit dem ich gern friendly booms oder hätte ich wenn die bundes immer gut hätte ich so gerne wissen in harz eingekleidet so machen wir das smarty bern und so was hat den durchblick als ich gerade nur mit ein bisschen mit umgucken wo wir hin müssen da kann man wahrscheinlich nach unten drehen das kann man auf jeden fall dran dran lang oder nur einer und ich mache dann auf das wahrscheinlich kannst du es abschießen hier oben das kannst du es für mich machen oder du kannst ja nicht kaputt machen kann ich kaputt hier das ding runterfallen dass man diese bären kann ich nicht so einfach ach doch ja klar jetzt schießt noch mal schießt man schon mal da drüben selber hier wahrscheinlich und ich stehe einfach nur unten geht es weiter ach so ich dachte wieder hoch dann geht es weiter hier kann ich direkt was runter machen er hat auch von hasenloß technologie geredet kannst du dich auf den ob das die plattform hier stellen ich lasse es dann hoch kannst du hier rüber dabei dabei dauert aber in diesem moment weil die dinger fliegt das ziemlich lang so habe ich ja auch wieder eins ja jetzt komme ich hoch perfekt getimt sogar schon gerade drauf das wäre mal ein eingespieltes wir haben quasi unsere beziehung komplett gefixt ein bisschen den roten button drücken ist das denn jetzt mit der anstelle anscheinend kann mich doch nicht viele gegen werden glaube ich was aber die mit mir machen und tötest mich damit weil sie die andere sache auch noch testen würde ich mich wieder raus irgendwie da raus so gut das wird heiß du tötest mich auf ziemlich viele qualvolle arten Oh, jetzt bin ich so haselnuss geworden. Oh nein, 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 nein. Machst du mich zu einer Haselnuss? Ist ja gut, ich hol dich raus. Oh, da gibt es einen Stop-Button, den drückst du die ganze Zeit nicht, du Sau. Wow. Steht sowieso hin sogar dran. Sauna-Maschine. Pint und Pinti, natürlich. Wir haben es nicht, dass... Mhm, Sauna-Maschine. Hey, äh, dieses Lid sieht los. Moment. Hier ist doch Geld. So. So. Kannst du ganz kaputt machen. Warte mal. Aha. I'm a smarty boy and so. Looks like something was kept in here. Yeah. Something cool. Achst du, die Roboter-Wespe wahrscheinlich, oder? Mhm. Und die, die wurde nur entwickelt und die ist ausgebrochen und so, dann direkt. Ähm. Ähm. Ah. Was kommt? Ah. Das ist Physikrätseln so. Ist ja Wahnsinn. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Können wir dabei weiterlaufen, oder sollen wir die hier fighten? Das ist ein bisschen die Frage für mich. Hier ist noch einer. Meinst du, wir bleiben weiterlaufen in der Zeit? Hinter uns. Okay. Kurz fighten. Moment. Vermutlich kannst du es anheizen oder sowas? Nee, du kannst es dann anzünden. Mach's gut. Ja, warte. Wir müssen das aufladen. Ich muss beide wahrscheinlich aufladen. Warte mal. Ich muss da vorne noch was reinmachen. Und du musst es dann, wenn ich obendrauf stehe, glaube ich anzünden. Würde ich behaupten. Das andere habe ich, glaube ich... Hab ich das schon vorher? Ja, habe ich schon. Dann kannst du jetzt mich hochschieben. So, dann oben. Moment, die Frage ist... Ho, 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 ho. Das war... Unerwartet. Ähm... So, jetzt muss ich kurz... Ich muss dann hier drauf schießen. Wenn ich... Das gemacht habe... Jetzt kann ich, glaube ich, drauf schießen. Sehr schön. Perfekto mundo. ...Stand da. Tadadada. 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 Nur, jetzt müssen wir weiter mit dem Konzin. Du musst auf Nüsse. Nüsse? Du musst uns durchballern, hier. Du musst... Nee. Du musst, glaube ich, da oben... Nein. Gerade vor uns. Okay. Falschgeguckt. Äh... Was denn... Wir haben noch jede Menge Nüsse. Isst die doch. Keinen richtigen Nussknacker. Du musst anmachen. Hä? Vielleicht gehst du auch noch durch, keine Ahnung. Tauzin! Tauzin! Oh nein, sowas bin ich grottenschlecht. Einmal nur Y und Spam. Ich weiß, sowas bin ich grottenschlecht. Mein Daumen ist zu langsam. Daumen? Zeigefinger? Das ist bei mir auf den Daumen. Ich lege es hin und nehme den Zeigefinger. Haha! Ich bin sowas super schlecht. Nicht genug Fingermuskulatur. Willst du überhaupt eine Revolte haben? Oder sagst du dir, ist egal? Na komm, wirst du Friesen normal. Ab gehts. Reit mochen. Die Zunge kommt raus. Das heißt, es geht ab. Also wenn ich wirklich sehe, wie oft du drückst, dann bist du sehr, sehr viel langsamer als ich. Ich kann das nicht. Ich hab da einfach nicht genug. Genug Fingermuskulatur für. Gewonnen! Okay, lasst uns gehen. Das hat jetzt keinen Spaß gemacht. Ich bin ein Sieger. Ich bin der Beste von uns beiden. Ich bin der Beste. Ich stell mich deswegen... Oh! Oh! Moment! Moment! Wollen wir nicht weiter? Ja, ich wollte noch mich kurz ein bisschen feiern, dass ich der Beste bin. Und dass du nicht triffst, was da still steht. Eigenglub stimmt. Ich bin der Beste, der beste Spieler von uns beiden. Warum laufen wir eigentlich so weit? Oh, da kommen Westen. Ey, die Bällen. Oh, die Bälle. Die rennen doch schon. Ich renn viel schneller als du. Oh, jetzt bin ich hängen geblieben. Grinden, Baby. Ich muss jetzt schießen und grinden? Nee. Oh Gott. Ich muss RB drücken. Und nicht, nicht A zum rüberspringen oder so. Wiii! Wo können diese Stränge gehen? Oh, cool. Kannst du überholen? Oh Gott, überholt. Oh Gott, das ist fies. Ähm, ja, dass er nach links wechselt, wenn man rechts auch noch was hat, eine Möglichkeit, ist doppelfies. Nee, dass er, dass er, dass er zwei auf einmal kommen und dann, also... So weit bin ich noch gar nicht. Ja. Oh Gott. Oh, da bist du wieder. Das ist drauf, wie soll ich das machen? Ach, ich muss was schneller halten oder langsamer halten. Ich glaube ich einfach nur Timing tatsächlich, was du unglücklich hattest. Einfach nur Timing. Ich habe aufgeholt. Ja, easy peasy. Ich bin der beste Spieler, sag ich doch. Ich bin einfach besser. Ich habe verstanden, worum es in diesem Spiel geht, ne? Ich bin einfach besser. Es geht darum, wer der beste von uns beiden ist. Eindeutig. Willst du nicht drauf schießen? Ja. Falschen Tast gedrückt, passiert auch nicht. Ich bin einfach nur schießen. So. Ah, das Boot. Spin die Handel zu öffnen, aber wir sind auf deinem Weg. Wir haben nie über diesen Punkt gemacht. Once in Zeit, du wirst auf deinem Weg. Lady Acorn ist es. Muss er einfach nur anschießen, oder? Nee, das tut es nicht. Nee, du musst wahrscheinlich alles... Mach's noch einmal rundherum. Wahrscheinlich muss alles gleichzeitig oder so. Das bewegt sich jetzt schon ein bisschen. Wenn du es rundherum machst, dann geht es einmal komplett gleichzeitig. Ich meine, ich fängt die dann zusammen. Nicht so wirklich, weil ich da hinten kann ich nicht... Ihr kann ich nicht hinhängen. Ja, okay. Deswegen... Muss ich vielleicht auf die Ecken da machen, sozusagen. Guck mal, da ist doch noch... Ist da nicht noch ein Weg? Okay, es hat sich schon ein Stück weit gedreht. Ich würde ja gerne schießen, aber ich darf nicht. Ich würde ja gerne schießen, aber ich darf nicht. Kaboom. Sind doch aber hier noch Löcher. Wo? Hier. Ja, aber die zählen glaube ich nicht. Das sind nur Wespenlöcher. Wir gehen jetzt in den Wespenbau rein. Das sind schon die Animationen vom Endgegner hier. Wieso? Animationen vom Endgegner? Oh Gott, gestorben. Musst du mein Herzchen drücken. Ah, ich muss einfach gucken mal. Ich muss einfach nur so machen, dass es nach unten... Ne, ne, lass mal. Dass es nach unten drückt. Ach so, und dann muss ich es rechtzeitig... Ich muss es mit dem Gewichten machen, dass es dreht. Jetzt kann es, glaube ich, das untere weg machen. Genau. Das ist das hier. Das ist einfach nur Gewichtsspiel. Ich muss es ganz schneller machen, aber ich glaube es geht nicht. Oh, jetzt kommt endlich. Ich habe ihn gesappt. Ich muss nämlich von hinten treffen. Jetzt geht es doch ein bisschen darksholdig. Sehr schön. Oh, oh. Ich habe ihn wieder gesappt. Ich habe ihn richtig gesappt. Ich habe ihn richtig gesappt. Kannst du die Auswahlschritte nehmen? Mach da halt nicht. Du bist hier kein intellektuelles. Ich habe nichts drauf. Ne, ich weiß. Ich muss es aber kurz... Jetzt hat er wieder... Wenn das Honigkuchen fährt, trägt den Honig rum. Es dreht sich halt einfach nur überhaupt nicht lang. Ist halt Controller-Shooterspiel-Mechanics. Nicht so, dass ich das zum ersten Mal machen täte. Mit dem Controller-Shooterspiel. Warum nicht? Ja. Mit dem Controller? Ja. Der X-Box. Das sind irgendwie zwei größere gewesen. Und sehr viel kleiner. Ja. Jedenfalls. Es ist nur ein Zwiebel in einem Robot. Ja. Ein sehr großer Robot. Er versucht uns zu töten. Du weißt, vielleicht sollten wir einfach zurückziehen. Bist du es aus? Nein! Wir müssen jetzt jetzt die Zwiebeln erforschen. Genau. Ich denke, dass du Angst hast. Wie ein kleines Zwiebeln. Nein, nicht überhaupt. Wir waren nur für die Mission. Ja, genau. Präparation ist wichtig. Gut. Aber, remember, Collaboration ist auch wichtig. Das ist eine sehr gefährliche Operation. Ja, ja, ja... Du bist willkommen, Mann. Boah, dass ich euch abarbeiten und nicht rauschicken oder in unsere Zusammenarbeit arbeiten und zusammenarbeiten und kollaborieren und schön aufpassen und zusammenarbeiten. Ich mag das Buch auch nicht. Ich fand's ganz amüsant. Ich fand's ganz lustig, dass er uns Chicken gecallt hat. Warum ist ja eigentlich alles so helle leuchtet? Wo kommen die ganzen Weihnachtsketten her, hier? Wer ist denn aufgestellt? Warte, wer hat die aufgestellt? Warte, wer hat die aufgestellt? Ich nutz' halt sehr, sehr viel in den Autoren. Coby, wir müssen doch da hinten aufs Netts schießen. Ah. Das ist der Punkt, den wir hier hatten. Okay. Oh Gott, hier sind ja noch mehr. Gott. Wir haben nicht nur einen, wir haben viele Nester. Alle kaputt machen. Oh Gott, hier sind welche vorne. Ich verteile hier einfach, ne? So gut, den der herzulaufen, wo du hinverteilst. Da hinten aufs N... Linken, links habe ich aufs Nest, habe ich schon was drauf gemacht. Danke. Eine Leuchtet da von dem schon. Ich wollte das Nest drauf. Hände dir? What, 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 what? Du löst kein Problem mit lebenden Insekten. Haua! Moment, wo? Wurde ich denn jetzt gebatscht? Dann müssen wir nicht in die Mitte laufen mehr. Zum anderen Nest. Oh, hier kommen wir nicht hin. Nee, wir können nicht durch die Mitte laufen. Wir müssen außen rum. Oh Gott. Das ist was draußen, Nest, ne? Ja, sehr gut. Ja. Haben wir doch den Nester jetzt hier ziemlich platt gemacht. Platt gemacht. Yay! Hui! So, und jetzt hier Jump'n'Run, wa? Ich würde dich die mal vorlaufen lassen. Und dann läufst du mir nicht so hinterher. Kannst gerne vorlaufen. Aber ich komme gar nicht. Moment. Das geht nicht. Aha, das geht. Willst du mir das machen? Kannst du das kaputt machen? Ich muss das kaputt machen sogar. Oh. Oh. Ähm. Würde gern schießen, wenn hier... ...Dinosaurn. Hier ist noch einer irgendwo. Hier fliegt's nur rum. Spring. Springfrau, spring. Hast du wieder das Spring verkackt? Hm? Irgendwie. Lumi, schlumi. Lumi, du. Die brauchen bei It Takes Two. Oh. Ey, das war zu. No, 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 no. We don't wanna fight. Wir spielen von Tieren. Zeug drauf machen. Oh, oh. Aber besser auch selber dann ausweichen. Wo ist denn jetzt da? Stimmt's Zeug drauf eigentlich. Der ist irgendwie der da vorher gefühlt schwerer, weil der sich glatter verteidigt hat. Ja, stimmt. Hält halt mehr aus, aber das ist nicht so schlimm. Aber du musst halt nur den, den grünen Schüssen ausweichen, aber ansonsten kannst du dir eigentlich einmal entgeben. Aber das war, glaube ich, noch nicht die Königin, oder? Nee, nee, das war ein Mörser-Vespa. Die Likin ist ja ein Eichhörnchen, haben wir gerade gehört. Stimmt. Dein Roboter, ein Wespen-Roboter mit einem Eichhörnchen drin. Moment. Irgendwie in die falsche Richtung, oder? Ach, nee. Halt. Aha! Alles, was gelbes kann ich doch ansappen. Übrigens, schön, dass dein Charakter gerade gesagt hat, keep up the zap. Sprung ist nicht so deins, wa? Ich weiß nicht, warum. Vorhin hast du alles gar kein Problem, mir geht aus dem Post. Guck mal, ein bisschen Lumi von hier oben zu, wie sie es verkackt. Sie ist wahrscheinlich gejinkst, sie verkackt es nicht. Übrigens hatte ich gestern sehr viele Runden in der Among Us, wo ich einfach gesagt habe, hey, hier, der war doch gerade Imposter, der würde doch jetzt nicht nochmal Imposter werden. Bam, werde ich umgebracht. Und sowas. Und schon mal festgestellt, dass diese Imposter-Regelung, wer war ein Imposter, ist relativ. Hey, ist das deine Kamera, May? Wenig berechnenbar ist so. Moment, ist das eine Geschichte, wa? Nice, ein Action-Shot. Ich kann mich auch einstellen. Schicke Pose. Moment, Y. Ich kann die richtige Posen machen, guck mal. Und dann kann ich hier rausgehen, dann kann ich in die nächste Pose umgehen. Und... Was soll ich dafür, wofür das gut sein soll? Macht von dem Achievement abgesehen. Gab es so für den Achievement, ich hab den Achievement ausgestellt. Nein, in welche Richtung, ich wollte kurz andersrum drehen. Kannst du dich da hinten ins Guckloch stellen? Wenn es gibt nur zwei. Ja, ich bin ja schon dabei. Okay, ähm, ja. Ich kann hier noch... Guck mal, ich kann eine Wespe werden. Was? Ich bin eine Wespe. Moment. Okay, das ist wirklich keine Flutze. Vielleicht kannst du auch ein Squeal werden, ne? Ja. Ja. Okay. Alles leer fotografiert. Übrigens, jetzt muss ich das auch machen können, wenn wir noch tauschen können, ne? Oh, da ist jetzt etwas anderes. Jetzt ist es was anderes. Interessant. Looks like ancient technology. Wieso gibt es jetzt was anderes? Was haben wir denn geändert? Soll ich nochmal ein Bild von dir machen? Wirst du auch mal auf dem Bild sein? Hm, gut. Also ich kann zoomen, ne? Zoom und Lumi. Wieso gibt es jetzt andere Sachen? Aber du... Hä? Quick, into positions! Guck mal, es gibt einen Selbstauslöser, wir können sie zusammen machen. Du musst können jemand per Hand machen. Wollen wir zusammen ein Foto machen noch? Wollen wir auch machen? Wenn ja, wo? Aber wenn du es immer in die gleiche Richtung drückst, dann... Oh, okay. Oh, okay. Und wo wollen wir, wo wollen wir machen? Nee. Nee. Die Reihenfolge ist für mich random. Wo du... Irgendwas müssen wir mit den Fotos da machen. Oh. 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 Aber es wäre besser mit einem von uns. Ja, du machst das. Ja, ich dachte wir könnten noch den B-Boss machen, aber das dauert jetzt zu lange. Ich glaube, das würden wir dann erst in der nächsten Folge machen. Guck mal ein Stück nach oben, das sieht irgendwie schon ein bisschen dachs-holdig aus, finde ich sogar. Ich finde es cool. Vom Flair. Sehr düster. Fällt mir gut. Aber dann haben wir ja einen Spannungsbogen für das nächste Mal. Hör auf, irgendwas zu wecken. Wollte mich verabschieden, ja. Ich warte nur darauf, bis du aufhörst. Verabschiede dich doch. Ich kann doch nicht weitermachen währenddessen. Okay, dann wünsche ich für euch noch einen schönen Tag, Abend oder whatever. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Wuhuuu. Der Kerl ist voll Schleim. Wuhuuu.